Design, Funktion und Qualität spielen für Bauherren und Architekten eine große Rolle bei der Ausstattung ihrer Bauvorhaben. Das gilt für Lichtschalter und das Badezimmer ebenso wie für Fenster. Doch wie gehen wir mit diesen hochwertigen Produkten auf der Baustelle um? Bei Lichtschaltern und Sanitärprodukten ist die Sache klar. In der nassen Rohbauphase wird ein Unterputzelement montiert. Dann werden die schmutzigen Arbeiten erledigt und erst danach Lichtschalter und Wasserhähne installiert. Fenster werden jedoch noch immer direkt während der nassen Bauphase montiert. Somit sind sie Verschmutzungen und Beschädigungen schutzlos ausgesetzt. Doch auch Fenster können mithilfe sogenannter Vorabzagen landläufig auch als Blindstock bezeichnet zweistufig montiert werden. So sind auch Fenster während Maurer, Estrich, Putz und Malerarbeiten vor Verschmutzung und Schäden geschützt. Denn sie werden, genau wie Lichtschalter und Wasserhähne, erst nach Abschluss der schmutzigen Arbeiten eingebaut. Doch schauen wir uns den Ablauf einmal im Detail an. Die Montage der Vorabzage beginnt mit der Kontrolle der Maße, der Zeichnung und der Auftragsunterlagen. Dann folgt eine Prüfung, ob die Außenwand für die Montage geeignet ist oder vom Maurer noch nachgebessert werden muss. Die Laibung muss auf allen vier Seiten einen Glattstrich haben, damit eine fachgerechte Montage der Vorabzage erfolgen kann. Nun muss die geplante Position der Vorabzage angezeichnet werden, damit klar ist, wo die Vorabzage angebracht werden muss. Vor der Montage der Vorabzage wird eine Dichtfolie für die innere Abdichtung auf drei Seiten, seitlich und oben, an der Zarge festgeklebt. Danach wird die Zarge auf die vorbereiteten Tragklötze gestellt, gemäß der geplanten Position ausgerichtet und provisorisch fixiert. Dann erfolgt die exakte Lot-, Waage- und fluchtrechte Ausrichtung der Vorabzage mittels Wasserwaage oder Nivelliergerät und die anschließende Verklotzung. Wenn alles im Lot ist, kann die Befestigung mit Dübeln, Direktmontageschrauben oder Maueranker erfolgen, die für den Wandbaustoff geeignet sind. Werkseitig vorgebohrte Löcher entsprechend den Planungsvorgaben erleichtern die Befestigung und sichern die Qualität. Das Bohren und Verschrauben erfolgt genau wie bei der traditionellen Fenstermontage unter Berücksichtigung der Schraubabstände, Eckabstand und Ankerabstand. Die vorher auf die Vorabzage geklebte innere Dichtfolie kann nun an die Mauerlaibung geklebt werden. Dabei muss darauf geachtet werden, dass die Folie mit einer ausreichend großen Bewegungsschlaufe verlegt wird und in den Ecken fachgerecht überlappt. Eine detaillierte Beschreibung findet sich im Video zu Dichtfolien. Danach kann die Montagefuge ausgeschäumt werden, um die notwendige Schall- und Wärmedämmung zu erreichen. Der nächste Arbeitsschritt ist das Anbringen der äußeren Abdichtung gegen Schlagregen und Windlast. Dies kann für ein außen geeigneter Dichtstoff, ein Dichtband, eine Dichtfolie oder ein Dichtprofil sein. Zusätzlich sollte auch die Montage weiterer Elemente in der trockenen Bauphase geplant und vorbereitet werden. Beispielsweise die äußere Fensterbank oder die Rollladenführungsschiene. Bei einem Wärmedämmverbundsystem wird die Anputzdichtleiste an der Vorabzage montiert. Als letzter Arbeitsschritt wird ein Rahmen mit Schutzfolie in der Vorabzage befestigt, damit die Ausbauarbeiten vor Regen und Wind geschützt sind. Nun können die Gewerke wie Außen- und Innenputz, Elektrik- und Malerarbeiten erfolgen, ohne dass die Fenster der Baufeuchte oder Beschädigungen ausgesetzt sind. Erst wenn die nasse Bauphase abgeschlossen ist, werden die Fenster eingebaut. Zunächst wird die Windschutzfolie ausgebaut und für das Recycling verpackt. Bevor die Fenster eingesetzt werden, müssen noch einmal die Maße kontrolliert werden. Es folgt die Reinigung der Vorabzage. Dann wird der Blendrahmen in die Zarge eingesetzt und durch die vorhandenen Löcher mit Sonderschrauben festgeschraubt. Durch die Verwendung einer Vorabzage erhält der Bauherr und die Nutzer ein unbeschädigtes Fenster, das schön aussieht und eine lange Lebensdauer garantiert. Die verwendete Vorabzage hat ein integriertes Dichtsystem und muss nicht mehr zum Blendrahmen des Fensters abgedichtet werden. Nachfolgend wird der Fensterflügel eingehängt und die Funktion geprüft. Es darf nirgendwo klemmen und muss sich leichtgängig öffnen und schließen lassen. Ein Fensteraustausch ist bei einer Vorabzage schnell, sauber und preiswert. Beispielsweise bei einem Totalschaden. Nach einem Einbruchversuch, im Zuge einer Gebäudemodernisierung oder wenn Bauherren Fenster mit anderen Design und innovativen Funktionen wollen. Dafür wird zuerst der Fensterflügel ausgehängt, die Verschraubung des Blendrahmens gelöst und das neue Fenster eingesetzt. So erhält ein Haus in kürzester Zeit neue Fenster. Ohne Ärger, Schmutz und zu viel geringeren Kosten als beim klassischen Fenstertausch. Schmutz oder Koncentre 50 cm 2 institmedim 11